Zu unserem gesamten Haustürenprogramm bieten wir jetzt auch Beschläge im Black Edition Design an. Das heißt schwarz pulverbeschichtete Beschläge, sowohl Stoßgriffe wie hier den 501er an unserer Thermoplan Haustür. Dieser schöne ergonomische Stoßgriff vorne abgeflacht und hinten rund liegt besonders ergonomisch in der Hand. Passend dazu natürlich auch die Innendrücker und hier bieten wir ein neues Modell an, den D360. Den gibt es in vier verschiedenen Ausführungen, einmal in schwarz, in weiß und in Edelstahl, jeweils mit Rundrosette und den Edelstahldrücker dann auch noch mit eckiger quadratischer Rosette. Passend zu Außenstoßgriff und Innendrücker können Sie natürlich auch die aufgesetzten Bänder in schwarz bestellen, wobei hier empfehlen wir Ihnen natürlich immer die schönere Variante zu wählen und zwar die verdeckt liegenden Bänder. Wir schauen auf die Stoßgriffe, wie wir das heute in der Appelege im Vergleiche, die Halt zu können. Wir t �teren Erdbeeren und die Doppelung im Auftrag Sinn. Wir schauen auf die Stoßgriffe, wie wir das in der G khochen haben. Und jetzt. Hier ist die Stoßgriffe. Wir kommen jetzt auf die Stoßgriffe, weil du siehst, wie wir siehst. Wir kommen jetzt nach oben in schwarz. Wir können jetzt um die Stoßgriffe aus Eis, ich ganz gut zu sehen, dass es das Formulgomma wäre vorig. So wie wir jetzt auch das einmal anwischen GmbH-D-Use-GmbH-Pster,